In den letzten zehn Jahren begegneten mir in Skandinavien so einige Globetrotter, die per Fahrrad nach Norden zogen. Nun, ich bin alles andere als ein Sportler, aber mich interessierte immer mehr die Frage, ob das jeder von uns kann, wenn er nur will. Ich gab mir also zehn Monate Vorbereitung und schließlich versuchte ich es selbst. Bewaffnet mit Videokamera und insgesamt 45 Kilogramm Gepäck startete ich die längste Fahrradtour meines Lebens. Das Ergebnis heißt Schückler, schwedisch Radfahrer, und wird Ihnen 90 Minuten abwechslungsreiche Unterhaltung garantieren. Und vielleicht wirft der Film auch für Sie die Frage auf, kann ich das auch? Doch er wird Ihnen sagen, Sie können und Sie sollten es. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020